So, mit diesem Video würde ich ganz gerne mal ankündigen, dass ich jetzt erst einmal mit MHFO aufhören werde. Ich habe nicht mehr so ganz viel gefallen an dem Spiel und wollte deshalb jetzt mal ein Let's Play starten. Ich habe mir schon etwas länger Gedanken gemacht, ein Let's Play zu machen, nur mir ist nie das richtige Spiel eingefallen. Und jetzt letztendlich habe ich mich dazu entschieden, wie ihr hier sehen könnt, Fallout 3, ist meiner Meinung nach eins der besten Spiele, das es bisher überhaupt gibt. Total nostalgisch, apokalyptisch, mit einem Humor, der unvergleichlich ist. Ja, und es macht einfach eine Heidenphase. Ich habe es jetzt schon an die zweimal fast komplett durchgespielt. Und ja, ich wollte euch mal zeigen, wie es wohl in dem Spiel auszusehen hat und wollte euch nochmal ein Let's Play bieten, der etwas anderen Art. Naja, ich weiß nicht, wann ich mit dem Let's Play anfangen werde, wann das erste Video hochgeladen wird. Da muss ich mir noch erstmal die Zeit nehmen, aber auf jeden Fall werde ich den Let's Play starten. Wie lange ich ihn durchhalten werde, weiß ich noch nicht genau, aber zuerst einmal heißt es abwarten. Gut, das war eigentlich die einzige Ankündigung für dieses Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Abonnieren und bis zum nächsten Mal, Leute.